Hallöchen und willkommen zurück zu Super Mario World. Ich habe mir schon überlegt, was wir hier in dem Geisterhaus machen. Ich habe es mir mal angeschaut. Ja, wer sollte nach so einer Lösung kommen? Schauen wir uns nach an, denn momentan bin ich noch nicht ready, das so zu machen, wie es... Uff, ich dachte gerade, das wird ein Scrolling-Level, weil sich der Bildschirm so seltsam in der Mitte ausgesehen hat. Oh, hey! Dich brauchen wir. Uff! Jetzt habe ich gerade gemeint, die... Eine andere Taste wäre zum Gleiten da. Ne, 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 ne. Oh, jetzt hätten wir auch einen Yoshi gut brauchen können. Hopp, hopp! Och, ich hasse das! I hate it! Oh, was gibt's denn hier unten? Uh! Das sieht doch interessant aus. Ach, das ist sozusagen eine Startrampe, wenn man nicht so blöd ist und die Feder verliert so wie ich. Hm, naja. Dann müssen wir uns halt durchjumpen. Wuh-huh-huh-huh-huh- haha, ist das dein Ernst? Das ist dein Ernst. Okay, die Box sagt mir jetzt bestimmt... ETF. Geht's noch? Du kannst den Bildschirm nach links oder rechts verschieben, indem du L oder R auf deinem Controller drückst. Dadurch könntest du vielleicht weiter nach vorne sehen. Das ist ja interessant. Ja, wie cool. Du solltest eigentlich nicht auftauchen. Vielleicht sah deswegen der Start so ganz seltsam aus. Oh Gott, ich hasse ja sowas. Fast runtergedotzt. Dann nehmen wir doch lieber hier. Die Schose. Schuhohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho. Holy cow. Oh. Oh man, ich bin echt so richtig gut in solchen Sachen. Mобрrrp. Mобрrrp. Na super. Yay. Oh, jeez. Ha! Ich will jetzt nur nicht daneben springen. Juhu! Ein Life. Danke, danke. Oh! Mehr Glück, was Verstand. Ähm. Oh, sehr gut. Oh, jeez. Das ist also... Ich bin nicht gestorben. Das kann man, glaube ich, mal festhalten. Ich bin nicht gestorben. Alrighty. Jetzt geht's um die Schwammerl, oder wie? Okay. Gucken wir uns mal an. Oh. Ja, nicht ganz so cool. Trotzdem Sex-Läden. Schneeke. Jetzt habe ich trotzdem die Feder nicht. Das ist noch gar nicht das Schloss. Hier gibt's noch ein normales Donut Plains Level. Ja, gib. Her damit. Hau raus. Oh, jeez. Oh, jeez. Oh! Der geht gar nicht kaputt. What the fucking hell? Da gehst du mal einmal davon aus, dass das hier genauso passiert wie mit dem Dude. Oh, das ist aber peinlich, Leute. Erzählt das bitte niemandem. Hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen. So. Hier. Äh. Okay. Oh, jeez. Fast schon wieder. Da habe ich wohl die erogene Zone der Röhrer getroffen. Deswegen ist die da so in den Himmel geschossen. Ey. Ich habe dich gar nicht berührt, ja? Oh, crap. Ah. Da bin ich jetzt fast aber hier in die Fresse von dem Cooper gesprungen. Oh, Paracruper, sorry. Ah. Okay. Und warum? Warum sollte man das machen? Doch. Ein Hammerdödel. Hui. Wow. Ja, okay. Der ist krass drauf. Moment, kann ich? Ach, halt, warte. Hui. Ich kann ja hier. Oh, jeez. Naja, hm. Ach, warte mal. Da wäre ich bestimmt zurückgekommen, oder? Äh. Moment. Geht das nicht? Sprinten und dann diesen Drehsprung? Doch. Keine Ahnung, warum das nicht funktioniert hat. Oh, jeez. Ich stelle mich an, das wäre das hier. Höhere Mathematik. Oh, fast schon wieder an dem hier verreckt. So, ich gehe es da mal nicht rein. Äh. Ey, ich weiß nicht, warum man das machen sollte. Das ist doch hier ein Todesfall in Deluxe. Hm. Naja. Lassen wir das mal. Uh, wären wir da rausgeschossen, rechts? Ich glaube schon. Hey! das ändert sich noch weiter die fehler haben kann ich die die hammer irgendwie futter ich glaube ich glaube ich glaube jetzt können wir jetzt sozusagen ein treffer kassieren hat das gerade zweimal punkte weg mit dir das doch nur 30 jetzt habe ich aber die fehler dann können wir auch in dem einen geisterhaus den secret exit mal aufsuchen bevor wir hier mordens kassler machen gehen wir hier rein ich schließe doch sehr seltsam aus wenn der seitwärts auf der oberwelt läuft du darfst du nicht mehr rein tier verboten haben wir denn dann nach dem level wieder ich glaube schon ja und hier gibt es seine tür die einfach mal hier raus wird und das ist schon alles kann man hier noch mal zurück nein das ist auch seltsam dass bei der tür jetzt gerade exit drauf steht obwohl das von draußen eigentlich der eingang wäre außer natürlich man darf da nicht rein seltsam ja das ist schon das ganz geheimnis von dem secret exit top secret area ja gib mal und wir haben ja schon wieder am start sind die sachen immer da oder verbrauche ich die ist einfach alle und dann ist gut warte mal kann man sich da immer welche holen tatsache da kann man sich doch nicht jedes mal ein leben holen echt jetzt wir werden nie gehen aber warte mal bevor wir jetzt hier in das castle gehen da haben wir noch was zu tun da gibt es euch auch noch ihr secret level da und hat sie gut zwei aber warte mal da ist ein bisschen glatt das ist schon das zweite mal dass so eine ganz komische schose hier passiert also mit diesen münzdingern na super der stern ist verloren also mit mario rutscht man da gleich noch mehr scheiß auf die joshin münze da oben das ist so fucking rutscht ich muss ich laufe hier gar nicht ich habe nur einmal kurz angegangen geschoben habe es gerade den finger vom d-pad genommen ach ja die teile da unten ich habe keine ahnung mehr wie die heißen aber die kannst du nur mit joshi belaufen oder mit einem ganz bestimmten schuhdienst ich weiß gar nicht ob es den hier gibt aber früher gab es den komischen grünen schuh das ich habe fast aufgegeben da rein zu kommen ich habe fast befürchtet dass wir joshin dann verlieren aber ich war mir nicht sicher ob vielleicht auch schön mit aufgeblasen wird alles für ein paar münzen mensch mario ah du geldgeile sau und dafür tötest du einfach hier deinen besten kumpel oh die laufen da durch den panzer doch kann ich die ja ja die kann ich auch so weg klatschen da geht es nicht mehr hoch ne so geht das eigentlich mit dem laufen aber kaum bist du da ein bisschen langsamer unterwegs ne ja 1 20 punkte was soll's wir brauchen dieses bonusspiel für die leben sowieso nicht mehr oh oh ich glaube ich habe es jetzt gechingst werden noch so oft verrecken oh und hier geht es dann einfach wieder so rum ist aber auch keine einbahnstraße auch wenn die pfeile dahin zeugen okay gut dann auf zu mortens castle morty ich bin der klempner deines vertrauens ich habe gehört sie haben eine verstopfung ach du kacke kann ich die die ich hasse ja sowas okay wir sind auf dem auf der rolltreppe chillen nein geh weg pilz ich will dich nicht konnte man die pilze nicht auch irgendwie ich glaube die pilze konnte man mit dem cape weg schleudern ich meinte auf denen konnte man doch glaube ich auch das prob ich jetzt da aber nicht aus wenn da oben ne ne mauer ist ich glaube man konnte auf denen mit diesen drehsprungen stehen okay oh die sind sogar tot damit ja moin wenn du drauf hüppst dann wachen wir irgendwann wieder okay das ist immerhin kein kein autoscrolling level aber das reicht hier schon mal die in die 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 Ah, ja. Uh, da kriegst du sogar noch einen, ne? Erst rein, oder? Doch. Mach doch mal einmal was richtig hier. Fuck! Uh! Uh, da hätt's mich aber fast zerquetscht. Hahaha. Ah. Das wär natürlich nicht ganz so cool gewesen. Lustig, ja. Aber alles andere, nein. Und ich hab jetzt auch keine Lust, da nochmal runterzufallen. Deswegen warte ich jetzt, bis der... bis der komische Balken ja wieder aus der Wand rauskommt. Dankeschön! Hm. Ups. Eigentlich wollte ich ihn gar nicht mal so töten. So, dann gibt's hier ein bisschen Kohlen. Aber sonst auch nix. Hach. Ah, runter vom Trampolin. Ich muss das doch hier platzieren. Meow, meow, meow. Wee! 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 So. Uh. Da hat er ein bisschen rumgebockt. Was ist denn? Das ist das Ding hier unten da zum Beispiel. Das ist seltsam, dass du da erstens so einen dünnen Zugang hast. Und selbst wenn du da irgendwie hochkommen würdest, sagen wir mal, mit einem gut geteimten Flug. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Aber selbst dann kriegst du's. Aber selbst dann kriegst du's. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Oh, ja, super. Ähm. Selbst dann bringt dir das einfach nix. Finde ich nicht so cool. Na gut. Aber da oben sind wir schon die rote Tür. Gucken, welcher Kampf dann auf uns zukommt. Ja. Morten ist es. Ja, gut. Ja, den nehmen wir auch noch mit für die extra Punkte. Komm, gib mir. Ah, nur noch 100 Sekündchen. Sieht ein bisschen moppelig aus. Okay, man kann ihn nicht mit dem Cape attackieren. Oh, oh, stimmt, da war ja was. Ich muss ja hüpfen. Oh, ich hab so ein Scheiß-Timing. So. Das ist aber auch interessant. Ich hab ihm den letzten Hit gegeben mit 45 Sekunden, ähm, left. Das heißt, wenn du den mit einer Sekunde übrig tötest, dann ist trotzdem nicht gesagt, dass du gewinnst. Stark, Mario. Morten Cooper Jr. aus Schloss Nummer 2 ist jetzt nur noch eine Erinnerung. Das nächste Areal ist die Untergrund-Vanillekuppel. Welche Fallen warten auf Mario in dieser neuen Welt? Was wird aus Prinzessin Peach? Ich weiß nicht, was aus Prinzessin Peach wird, aber das werden wir uns anschauen. Und zwar in dieser Folge noch. Ja, ein bisschen gucken wir da auf jeden Fall rein. Ah, da hieß es gerade, er ist Geschichte. Das heißt wohl, wir haben ihn getötet. Oh, ein Level mit Secret Exit. Dann lass mal gucken, was wir hier finden. Auf jeden Fall. Untergrund-Gedöns. Oh. Ähm. Hallo, was ist in der Kiste drin? Eine Feuerblume? Ne, darum den nehmen wir einfach mal. Die Feuerblume nehme ich mit. Und ... Ach. ... ... Brauchen wir den... Oh ... Bin mir nicht so sicher. Man könnte ... Man könnte ihn... Oh, warte mal. Ich glaube, hier ist Yoshi mitgefragt. Ich glaube, hier ist Yoshi gefragt. Mit dem blauen Panzer kannst du nämlich fliegen. Und das könnte uns... Das könnte uns eventuell zum Beispiel hier oben in die Röhre reinbefördern. Hm, vielleicht. Keine Ahnung. Und hier könnte man auch hochfliegen. Kann man hier... Also, das war jetzt aber schon ein bisschen lächerlich, ne? Warum kann man hier hoch? Habe ich da gerade einfach die Decke getroffen? Hä? Hm. Das ist sehr suspekt. Das ist wirklich suspekt. Da könnte man vielleicht mit dem Yoshi versuchen, was zu machen. Oh nein, da kommt Lava. Ich habe ihn nicht getroffen. Damn. Ach. Oh. Und der Stern hört auch auf zu wirken, wenn man durch die Tür geht. Oh, warte. Da ist es, glaube ich, gut, dass wir da nicht drunter gerutscht sind. Dann kann man nämlich einfach oben drauflaufen. Passt. Aber hier gibt es auch unendlich Feuerblumen. Aber das bewahrt mich auch nicht davor, hier eine aufs Maul zu kriegen. Typisch. Moment, den schicken wir mal hier rüber. Oh, das sammelt gar keine Münzen für uns ein. Hätten wir hier drüben gebraucht. Oh, ja, genau. Ist klar. Ähm. Moment. Die Dinger sind unzerstörbar? Oh. Der wollte da gerade wieder rauskommen. Deswegen hat er so gezockt. Ach. Was ein Level. Was ein Level. Aber ich glaube, mit Yoshi irgendwo noch oben fliegen, ganz am Anfang, das könnte schon... das könnte schon, äh, das letzte Lösung sein, würde, dass ihr Good Exit ist. Oh, Bonusspiel. Äh, ja. Blümchen. Ähm, hier kommen Blümchen zum... Na, warte mal. Ich stelle mich mal hier hin. Oh. Okay, dann stelle ich mich hier hin. Ja. Oh, ja gut. Dann nehmen wir halt die Sterne außen rum. Oh, crap. Rüder. Nur ein kleines Leben. Hm. Ich schiebe es einfach darauf, dass ich es gewohnt bin, bei dem Spiel groß zu sein. Hehehe. Ah. Nochmal Secret Exit. Wow. Okay. Wo bekommen wir... jetzt einen Yoshi her? Wobei, wir brauchen vielleicht gar keinen Yoshi. Wir können es auch versuchen mit der Feder. Zum Glück haben wir das hier. Äh, ja, gib mir mal den... den Schwammerl. Und das bestätigt... Und das bestätigt... Oh, warte mal. Wir haben hier einen Yoshi. Okay, cool. Ähm. Das bestätigt uns auch... Auch in diesem Spiel gibt es sozusagen... ...bedingte Fragezeichenblöcke. Denn vorher, wo erst wir groß gewesen sind, sind da zwei Feuerblumen rausgekommen. Und jetzt, wo wir klein waren, ist erst mal ein Pilz aufgetaucht. Okay. Bloß nicht den süßen kleinen Yoshi verlieren. Erst mal was zur... zur Stärkung. Dann lasst uns mal hier... ...das Ding futtern. Okay. Okay, also hier ist es noch nicht relevant. Kannst du den... Warte mal. Nein! Ähm. Kommt der da nochmal? Oh, das ist vielleicht auch nicht so gut gewesen, den da jetzt platt zu machen. Okay. Oh, den futterst du einfach, ja? Okay, warte mal. Tschüss, Yoshi. War schön mit dir. Ich habe den Secret Exit gefunden. Bam. Also doch nicht da, wo ich glaubt habe. Aber mit Yoshi haben wir das hier hingekriegt. Ohne den Schalterballast vorher gehabt zu haben. Und nochmal ein Level mit Secret Exit. Wow. Das ist schon ein bisschen viel. Sind das die Bohnentrampolindinger? Ja. Je weiter du links bist, umso fetter wirst du da rumgeschleudert. Es gibt hier auch noch ein Secret Exit. Einenden, sorry. Manchmal nuschelig das EN hinten bei Wörtern weg. Ich weiß, wie man die Sachen schreibt. Okay. Da oben links gibt es auf jeden Fall was. Moment. Bam. Mit einer Feder kommst du da auch relativ gemütlich hin. Oh, das sieht mir doch aber nach Secret Exit aus. Ah, schlecht. Schlecht getimt. Okay. Oh, hier geht es zur Star Road. Ja, nice. Schön, dann haben wir den zweiten auch schon. Wenn es denn der zweite ist. So, jetzt pass mal auf. Jetzt machen wir den richtigen Humbug. Oh, sehr gut. So weit sind wir da auch nicht hochgekommen. Normalerweise passiert mir das nicht. Oh, weg mit dir. Ich wollte gerade sagen, wie kommt man da hoch? Ja, gut. Ah, ein kleines Yoshi-Münzchen. Kann ich mich hier einfach durchdrehen? So kann man das auch machen. Finde ich gut. Das Trampolin nehmen wir jetzt einfach mal. Warum ist da eine Röhre? Hä? Dafür ist dann das Trampolin da. Oh. Und da oben ist auch noch was. Ja, gut. Wenn wir es schon mal sehen, nehmen wir es mit. Okay, da oben ist alles zu. Moment, nehmen wir das Trampolin durch eine Röhre mit? Ja. Also durch Türen geht nicht, durch Röhren geht. Oh. Der bouncet ja öfter als nur einmal. Ah, funktioniert nicht. Du Arsch. Crap. Moment. Ich glaube, das Trampolin, wenn man es mit ins Ziel nimmt, oder wenn es im Zielbildschirm ist, gibt es ein Live. Oh, eine Feder. Auch nicht schlecht. Auch nicht verkehrt. Nehme ich mit. Dann haben wir auch den normalen Exit hier gefunden. So, wo fährt uns die Röhre hin? Okay. Oben auf den Berg. So, wir versuchen, das ganze Level zu überfliegen. Das sieht mir nämlich schon ein bisschen... ...gefährlich aus hier. Ja, komm. Lass mal gucken, wie weit wir kommen. Oh. Oh. Ja, gut. Ich glaube, das Level möchte, dass wir hier ein bisschen abkürzen. Ah, 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 ahm. Für das Level, das du will. Uff. Oh, ja. Oh, ja. Oh. Also, mit der Bombe habe ich nicht gerechnet. Ja, also, das Level war relativ einfach, muss ich sagen. Und das war genau nach meinem Geschmack. Und ja, ich mache das nicht jetzt noch öfter. Wanderer Secret 3, gucken wir uns nächste Folge an. Macht's gut und bis dann. Ciao.